So, da bin ich wieder mit dem letzten Bitpanda Portfolio Update in diesem Jahr. Leider, wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, gab es für uns keine Jahresendrallye. Wir sind sogar 2,69% im Minus diese Woche. Minus 700 Euro vom letzten Video. Bessert sich im Gegensatz zu den anderen Altcoins eigentlich ganz gut gehalten. Aber das schauen wir uns alles dann im Wochenrückblick ganz genau an. Da werde ich euch dann auch zeigen, wie ich die Verluste realisiert habe. Wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat und dieses Jahr schon Gewinne realisiert hat, bis morgen habt ihr noch Zeit. Morgen ist dann der letzte Tag, an dem ihr das tun könnt. Einige Leute wollten, dass ich das live herzeige. Das werde ich auch machen. Ich finde es jetzt nicht so spannend. Wir verkaufen einfach alles mal und kaufen es dann wieder ein. Danach schauen wir uns auch noch den letzten Burn des Jahres an. Da haben sich ja einige Leute auch ein bisschen mehr erwartet. Ich fand heute interessant, dass nicht die ganzen 3,5 Millionen Bess, die auf die Wallet geschoben wurden, verbrannt worden sind. Aber dazu dann später noch mehr. Wir springen dann noch in die Charts von Bitcoin, Bess und Bantos. Bevor wir jetzt starten, diesmal habe ich ja gesagt, ziehen wir 5 Gewinner. Und das machen wir auch. Der erste Gewinner ist Mr. Natural Awesome. Er hat zwar schon einmal gewonnen, aber weiß, das Weihnachtsgewinnspiel ist, gewinnt er halt heute nochmal. Dank dir, dear Henry, für der Update. Merry Xmas und viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Das wünsche ich dir auch. Ziehen wir gleich den nächsten Gewinner. Das rennt jetzt ein bisschen durch. Thomas P. Hashtag Henrys Panas. B und P. Also Best und Bantos. Und die Rakete. Ja, du hast auch gewonnen. Ich schreibe dich dann unten in den Kommentaren an. Und jetzt ziehen wir noch die letzten drei. Hui, das ist ein ganz schöner Action. Der Reinhard hat gewonnen. Hallo Henry, schöne und relaxte Feiertage, so weit wie möglich. Danke für deine Videos und auf ein neues in 2023. Danke dir Reinhard. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch. Genieß noch die Feiertage. Und jetzt ziehen wir noch die letzten zwei Gewinner. Puh, ganz schön anstrengend. Und der Michael hat gewonnen. Frohe Weihnachten. Hashtag Henrys Panas. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich schreibe dich dann auch noch in den Kommentaren unten an. Und jetzt ziehen wir noch den letzten Gewinner. Und das ist der Dennis Hallmann. Fast von Anfang an dabei. Danke für alles. Hashtag Henrys Panas. Danke dir Dennis, dass du von Anfang an da mit supportest. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich schreibe dich dann auch unten in den Kommentaren an. Schicke mir dann einfach deine Adresse rüber. Und dann sind die NFTs auf dem Weg zu euch. Ihr bekommt zu den Henrys Panas noch einen von diesen Panas hier. Ist zwar von einer anderen Kollektion, aber ich fand die einfach cool. Deswegen kriegt ihr da oben einen drauf. Und alle, die diesmal nicht gewonnen haben, keine Sorge. Wir verlosen jede Woche weiter. Das heißt, ihr könnt einfach Hashtag Henrys Panas unten in die Kommentare schreiben. Und dann seid ihr mit dabei beim nächsten Mal. Ja und für alle Bot Henrys Pandaverse und Henrys Panas Halter. Ihr habt jetzt einen Airdrop erhalten. Also der ist schon am 27. gekommen. Je nachdem, wie viele NFTs ihr gehalten habt, habt ihr dann einen eigenen Rang erhalten. Falls ihr aus mehreren Kollektionen mehrere NFTs gehalten habt, dann kann es auch sein, dass ihr zwei oder drei verschiedene Totenköpfe bekommen habt. Und was sind das jetzt für Totenköpfe? Ein paar Leute haben das Ganze nicht so richtig verstanden. Und ich werde das jetzt nochmal erklären. Also es sind verschiedene Ränge. Wir haben mal den Panda Fan, dann den Panda OG und dann den Panda Guru. Und diese Ränge geben euch verschiedene Rechte im Discord. Einigen ist schon aufgefallen, dass das Discord jetzt anders aussieht. Und auch wenn ihr jetzt im Discord joint, werdet ihr hier keine Kanäle sehen. Erst wenn ihr euch verifiziert, das ist ein Mechanismus, um gegen die Bots vorzugehen, dann bekommt ihr gewisse Channel eingeblendet. Darunter auch den General Channel, auf den jeder Zugriff hat und den Get Roles Channel. Und das ist jetzt der wichtige Kanal. Nämlich wenn ihr ein NFT haltet, dann könnt ihr in diesen Kanal gehen, könnt hier auf Connect Wallet drücken und dann bekommt ihr die Rolle, natürlich je nachdem welchen Token ihr haltet. Der Panda Fan hat Zugriff auf die Town Hall, der Panda OG hat Zugriff auf Town Hall und auf den OG Pandas Channel. Und der Panda Guru hat auf alle Channel Zugriff. Der kann auch bei Game Dev Entscheidungen mitbestimmen. Das ist vor allem der Vorteil des letzten Ranges. Ja, ich fand die Idee ganz cool, dass es da Channels gibt, die nicht für alle sichtbar sind, sondern wirklich nur für die verschiedenen NFT Halter. Ja, was haltet ihr von der Idee? Ich fand sie ganz nett, es war nur so ein kleines Gimmick. Airdrops gab es mehr als 713, weil wie gesagt, ein paar haben nicht nur einen Rank bekommen, sondern zwei Ranks. Ihr braucht den Token nur einmal. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt einmal Panda Guru und Panda Fan bekommen habt, dann hebt euch den Panda Guru auf, weil da habt ihr Zugriff auf alle Channels und verkauft dann einfach den Panda Fan Token. Ob die Tokens irgendwann mal rausgekauft werden, das kann ich euch nicht beantworten. Je erfolgreicher, glaube ich, das Projekt wird, desto wahrscheinlicher ist es, wie erfolgreich das Projekt wird, das kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, der Airdrop freut euch und ihr habt es jetzt so verstanden, was man mit diesem Token machen kann. Also ihr gebt euch Zugriff auf bestimmte Channels im Discord. Jetzt im Moment ist noch nicht viel los im Discord, aber alles Schritt für Schritt. So, aber nun genug von den NFTs, starten wir ins Video. So, im Hintergrund könnt ihr schon mein Bitpanda Portfolio sehen. Die Gewinner dieser Woche mache ich euch wie immer größer. Wir haben hier Delta Electronics mit über 17% im Plus, Huaneng Power mit über 18% im Plus, China Resources Power über 20% im Plus und Surface Oncology mit über 21% im Plus diese Woche. Naja, bei uns sieht es nicht so rosig aus am Portfolio. Sogar während ich das Intro aufgenommen habe, sind wir nochmal um 50 Euro runtergesagt. Also statt 700 Euro Minus haben wir 750 Euro Minus von dem Video zum letzten Video gesehen. Ja, was ist die Woche passiert? Nicht viel. Ich habe eigentlich fast nicht in die Charts reingeschaut. Ich habe nur einmal die Best Rewards genommen und die wieder in Kosmos umgeschichtet, die Kosmos weiter gestaked. Dann sind die Staking Rewards wieder reingekommen. Da können wir uns auch mal wieder die Gesamtübersicht anschauen. Wenn wir uns hier die Gesamtübersicht anschauen, sind jetzt gerade mal 4.107 Euro im Stake. Das liegt daran, dass die Positionen allesamt gefallen sind. Und wir nützen dieses Minus heute und werden die Positionen verkaufen, um unsere Gewinne auszugleichen und werden Verluste realisieren, indem wir diese Positionen gegen Euros verkaufen. So, und jetzt realisieren wir mal die Verluste. Wir starten mit der kleinsten Position, mit Solana. Da haben wir 10 Euro rein investiert und haben 7,84 Euro Minus gemacht. Dieses Minus können wir realisieren, indem wir einfach jetzt die Solana entstaken. Gehen jetzt auf entstaken und gehen hier jetzt auf verkaufen. Wählen Euro aus, drücken Maximum und haben das Ganze jetzt verkauft. Drücken nochmal auf bestätigen. Und jetzt wurde das Ganze verkauft. So, das müssen wir jetzt noch für die ganzen anderen Kryptowährungen machen. Und dann kaufen wir alles wieder ein. Best lassen wir auf der Seite liegen. Da sind wir im Plus, da können wir kein Minus realisieren. Außerdem zählen viele Coins noch zum Altbestand und sind daher steuerfrei. Da könnten wir sowieso keinen Verlust realisieren. Aber bei diesen ganzen Positionen können wir das. Ich werde das jetzt mal machen und dann einfach im Schnelldurchlauf durchspielen, weil ihr habt das jetzt eh einmal gesehen. So, jetzt verkaufen wir alle kleinen Positionen. Ich gehe das im Schnelldurchlauf durch. Also wir machen jetzt nichts anderes, außer dass wir die Positionen, die im Minus sind und die wir dieses Jahr gekauft haben, wieder verkaufen, um das Minus zu realisieren. Das machen wir jetzt mal mit allen kleinen Positionen, die wir sowieso loswerden wollen. So, und hier ist das Ergebnis. Jetzt haben wir mal bei allen kleinen Positionen den Verlust realisiert. Das liegt jetzt auf der Euro-Wolle drüben. Jetzt könnten wir uns überlegen, diese kleinen Positionen wieder einzukaufen. In meinem Fall werde ich das jetzt nicht machen. Das war damals nur der Test für Staking. Jetzt werden wir aber noch hergehen und Polkadot The Graph verkaufen. Weil vor allem bei The Graph haben wir dicken Verlust gemacht. Den können wir realisieren. Wenn wir den realisieren, müssen wir dieses Jahr überhaupt keine Steuern zahlen auf unsere Gewinne. Und das ist ja das Ziel dabei. Also wir verkaufen jetzt die DOT. So, das gleiche machen wir jetzt auch noch bei GRD. Weil da haben wir wirklich den größten Verlust gemacht. Das seht ihr hier. 2900. Wenn wir das realisieren, reicht das eigentlich schon, um alle unsere Gewinne abzudecken. Jetzt haben wir den Verlust realisiert. Genug Verlust, um die Gewinne zu decken. Das Cash liegt hier drüben. Natürlich verlieren wir ein paar Euros durch die Tradinggebühren. Wir kriegen aber auch ein paar Best an ETB wieder zurück. Und das Wichtige ist, wir müssen ja dann keine Steuern zahlen. Und das sparen wir uns dann durch diesen Prozess. Jetzt müssen wir uns natürlich die Kryptowährungen aber wieder zurückkaufen. Wir starten jetzt gleich einfach mit den GLT. Das heißt, wir geben hier oben GLT ein. Gehen auf Kaufen. Und kaufen wir uns jetzt wieder 20.000 GRT. Das bisschen was, was wir jetzt an Staking Rewards oben drauf hatten, das rechnen wir jetzt nicht mit dazu. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ein bisschen was ist ja auch für die Gebühren draufgegangen. Jetzt kaufen wir uns die 20.000 GRT wieder zurück. Natürlich für einen höheren Preis, als wir es jetzt verkauft haben, weil wir das Ganze jetzt schnell machen. Wir könnten jetzt auch noch warten, ob der Kurs noch ein bisschen fällt. Aber ich wollte eigentlich nur den Verlust realisieren und genau das habe ich jetzt auch gemacht. Und deswegen kaufen wir jetzt auch wieder sofort die GRT zurück. Auch wenn die Chance besteht, dass der Kurs noch fällt. Mir ist das jetzt eigentlich total egal. Jetzt haben wir unsere 20.000 GRT wieder. Die liegen jetzt hier wieder rum. Und jetzt holen wir noch die DOT zurück. Und jetzt kaufen wir auch noch die DOT. Wir werden bei den DOT jetzt auch nicht mehr so viel zurückbekommen, wie wir uns verkauft haben. Aber damit habe ich gerechnet, das ist die Differenz, die einfach verloren geht von den ganzen Gebühren. Wir kaufen jetzt die DOT trotzdem einfach zurück. Und ja, wir haben jetzt weniger GRT und weniger DOT. Und die ganzen Kleinkrampositionen sind eigentlich auch für die Gebühren draufgegangen. Aber ihr dürft nicht vergessen, durch diese Aktion muss ich jetzt überhaupt keine Steuern dieses Jahr zahlen. Obwohl ich mir Gewinner ausgezahlt habe. Das haben wir jetzt damit ausgeglichen. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Auch wenn ich jetzt ein paar Coins verliere, die kommen dann durch Staking wieder rein. Und mir ist es lieber, ich muss keine Steuern am Ende des Jahres zahlen. Wir könnten jetzt auch noch die BES vom ITB nehmen und in Polkadot und TheGraph rüberschichten, um da noch ein bisschen was rauszuholen. Aber wir lassen die jetzt einfach mal liegen. Warten auf die nächsten Best Rewards. Natürlich bekommen wir auch ein bisschen mehr Best Rewards nächste Woche, weil wir natürlich jetzt das Volumen damit gepusht haben. Jetzt ist es auch nur ein kleiner Nebeneffekt. Also nicht mehr ganz 4 Euro, die wir noch zurückbekommen, die man auch noch eigentlich mit einrechnen müsste. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Fragen dazu beantwortet. Ihr habt alles gesehen. Es ist eigentlich nichts Großartiges. Man verkauft einmal die Position und kauft die Position wieder zurück. die man langfristig weiterhalten will. Wichtig ist nur, nicht vergessen in Euro zu verkaufen. Weil wenn ihr in eine andere Kryptowährung swapt, realisiert ihr den Gewinn nicht. Also das sollte man dabei beachten. So und hier sind wir bei den Beständen. Wir sehen hier, BES hält sich eigentlich sehr stabil. Im Gegensatz zu den anderen Altcoins. Die lassen da schon ein bisschen nach. Jetzt sehen wir auch schon hier Kosmos in der Liste. Da haben wir ja die Woche wieder ein bisschen was reingeschichtet. Polkadot hat auch ziemlich nachgelassen. Also jetzt wird es wirklich sehr interessant, da auch mal ein bisschen was nachzulegen. Wir haben auch noch unsere Cash-Positionen. Da haben wir ja den perfekten Zeitpunkt leider verpasst. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance. Vielleicht sehen wir noch einen Dipper bei BTC. Im Moment sieht zwar der Support gut aus. Da schauen wir uns dann gleich in den Charts an. Der Polygon ist weiter gesunken. Macht jetzt weniger als 10% von unserem Portfolio aus. Da hätten wir sogar noch mehr rausziehen können, wie wir in der Gewinnzone waren. Jetzt im Nachhinein natürlich immer leichter gesagt. Wir haben ja auch ein bisschen was realisiert, wie wir im Gewinn waren. Aber wir hätten ruhig ein bisschen mehr rausnehmen können. Einfach das Geld hier packen und warten, bis wieder eine gute Chance kommt, um nachzukaufen. Da hätten wir ein paar Polygons sicher rausholen können. So, schauen wir uns mal die Rewards an. Mit den ganzen Reward-Reduzierungen und auch mit den Kursverfallen haben wir jetzt das schlechteste Reward-Monat in diesem Jahr erlebt mit 157,44 Euro. Im nächsten Bitpanner-Update sehen wir dann schon einen dritten Balken und ich hoffe, dass der Jänner auf jeden Fall positiver verlaufen wird als der Dezember. Jetzt können wir uns auch wirklich schön den Jahres-zu-Jahres-Vergleich anschauen, weil dieses Jahr kommen jetzt keine Rewards mehr rein. Letztes Jahr in Orange mit 5152 Euro an Rewards und dieses Jahr in Grün mit 4252 Euro an Rewards, die wir generieren konnten. Also 900 Euro weniger als im letzten Jahr. Mit einem Tausender weniger habe ich circa gerechnet. Also unsere Prognose war ziemlich gut. Auch hier werden wir im nächsten Bitpanner-Update dann eine neue Linie dazu bekommen. Ja, das war es auch schon vom Wochenrückblick. Jetzt springen wir noch schnell zum Burn. Insgesamt wurden nicht ganz 1,5 Millionen Best verbrannt im Gegenwert von 435.437 Euro. Ja, und einige Leute haben sich mehr erwartet, weil wir haben alle schon die Transaktion gesehen, die schon vor sieben Tagen reingekommen ist mit 3,5 Millionen Best. Und da bisher immer alles, was auf die Adresse gesendet worden ist, auch komplett verbrannt worden ist, sind wir davon ausgegangen, dass 3,5 Millionen Best jetzt verbrannt werden. Ja, wieso mehr Best da drauf geschoben worden sind, als verbrannt wurden, bisher weiß ich nicht. Vielleicht wird zu Silvester noch was geburnt, aber eigentlich macht es keinen Sinn, dass sie sie aus der Reserve auf die Burn-Adresse schicken, wenn sie nicht vorhaben, die dann zu burnen. Also vielleicht wird die Summe auch noch oben drauf gelegt auf die nächsten Burns. Vielleicht spiegelt das auch gar nicht wieder, wie viel wirklich eingesammelt worden ist und das ist die korrektere Zahl und das wurde schon früher zurückgekauft oder vom Markt genommen. Ich weiß es nicht und wird einfach jetzt auf die nächsten Burns verteilt. Ich kann es euch nicht sagen, wir haben keine Infos dazu bekommen. Das muss man auch noch ein bisschen kritisieren. Ja, wir haben eigentlich weniger Infos bekommen als sonst. Also irgendwie ist das nicht richtig aufgegangen. Vielleicht kommen ja im nächsten Jahr dann ein paar coole Best-Blocks. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen für die Community und ich glaube, die Leute wären auch gar nicht so geil drauf, hätten sie nicht gesagt, dass sie bessere Blocks rausbringen mit mehr Infos. Das war es auch schon von den News. Jetzt blende ich euch noch eine kurze Info ein zu den Leverage-Tokens, weil sich da ein paar Leute gefragt haben, wie das Ganze berechnet wird. Der Harald aus der Community hat das Ganze für uns schon getestet und das sind seine Infos. Also die täglichen 0,1% Management-Fees der Leverage-Token von Bitpanda dürften im Kurswert schon einberechnet sein. Das sieht man am Kurswert-Graphen auch recht gut. Hat dann hier auch nochmal das Rechenbeispiel dazu hingeschrieben. Um es nochmal kurz zusammenzufangen. Also es wird weder etwas vom Fiat Wallet abgezogen, wenn man diese hält, noch verringert sich die Menge der Leverage-Tokens, die man bei Bitpanda hält. Im Gegensatz zu den Metallen, wenn man über der Mindestmenge für die Lagergebühren ist, wird ja was abgezogen. Das ist bei den Leverage-Tokens nicht so. Also sehr gut gelöst, schreibt er auch nochmal unten, dass es direkt in den Tokenpreis einberechnet wird. Denn das, was man am Grafen sieht, ist die tatsächliche Rendite oder der tatsächliche Verlust. Je nachdem, wie es gerade läuft. Also danke nochmal an den Harald, dass er das auch nochmal herausgehoben hat. So, das waren schon alle News und Infos, die es momentan gibt. Jetzt springen wir noch schnell in die Charts. Wir starten wie immer mit Bitcoin BTC auf dem Eintalschart. Wir kämpfen gerade bei den 16.500 Dollar. Wir sind gerade ein bisschen drunter. Aber man muss auch dazu sagen, hier nach unten hin liegt eigentlich im Moment sehr viel Support. Schaut eigentlich nicht schlecht aus. Es ist jetzt nur eine Momentaufnahme, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es weiter tippt, dass die 16.000 halten würden. Aber es ist jetzt nur so ein Gefühl momentan. Man muss das Ganze natürlich beobachten, ob sich das Orderbuch nicht schlagartig ändert auf den ganzen Exchanges. Man muss auch ein bisschen verteilt schauen, nicht nur auf Binance. Auch wenn das meiste Volumen sich hier abspielt, muss man sich trotzdem alle großen Exchanges anschauen. Ja, es liegt noch immer wahnsinnig viel Geld auf der Seitenlinie. Es ist eine abwartende Stimmung. Das Volumen geht zurück. Die Leute sind sich unsicher. Ich habe ja das Gefühl, dass 2023 ein besseres Jahr wird. Vielleicht nicht das Mega-Jahr, aber dass wir einen leichten Aufschwung wieder erleben werden. Wenn man sich zum Beispiel Corona anschaut, da entwickeln die Leute langsam die Immunität. Es wird schon davon ausgegangen, dass im Sommer der Virus gar keine Chance mehr hat. Und ja, das Thema hat schon die letzten Jahre eingebremst, was die Wirtschaft angeht. Ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Planbarkeit wieder zurückkommt, dass das Jahr auch dann wieder ein bisschen besser aussehen wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir auch, Russland will in Verhandlungen treten mit der Ukraine. Auch wenn es jetzt eher so gespielt wirkt, ist das schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn das sich vielleicht noch ziehen wird. Es sind schon mal positive Signale. Aber das sind nur meine Gedanken dazu. Vielleicht liege ich auch voll falsch und wir sehen noch ein echt blutiges Jahr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass 2023 ein wenig positiver wird. Dass die gröbsten Sachen schon vorüber sind. FTX, Celsus etc. Der Markt wurde sozusagen bereinigt. Jetzt kehrt langsam Ruhe ein. Mit der Ruhe kehrt dann auch wieder das Vertrauen zurück. Und die anständigen Player bleiben sozusagen über die kein Schindluder mit Kundengeldern betreiben. Dann könnte sicherlich wieder ein wenig von dem Geld, was auf der Seitenlinie liegt, nicht in den Markt fließen. Und das bei so einem kleinen Markt kann dann auch schnell wieder sehr positive Auswirkungen haben. Das vergessen jetzt die Leute immer, wie Bitcoin eigentlich auch anziehen kann. Jetzt sind alle so negativ gestimmt. Aber wenn es dann wieder wechselt, kann man gar nicht so schnell schauen. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Ja, was erwarte ich mir für die ersten zwei Jännerwochen? Am liebsten wäre mir, wenn wir natürlich jetzt nicht zu den 16.000 komplett runterbrechen, sondern ein bisschen Stabilität zeigen. und so langsam Richtung 99 Tage Moving Average Band laufen. Das wäre das schönste Szenario. Das schlechteste Szenario wäre, wenn die 16.500 brechen, die 16 brechen und wir dann unterwegs zu 15.800 sind. Damit rechne ich zwar jetzt nicht, weil der Support im Moment sehr gut aussieht, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, das war es auch schon vom BTC. Springen wir jetzt zum Best. Ja, hier haben wir uns eigentlich lange auf den 30 Cent gehalten und jetzt sind wir kurz drunter gebrochen. Es wird zwar immer wieder raufgekauft, zwar nicht mit wirklichem Volumen, aber das bisschen, was gehandelt wird, reicht schon, dass wir uns eigentlich wieder Richtung 30 Cent langsam bewegen. Da liegen auch nur 6.000 Best im Moment, die verkauft werden wollen. Also wenn da noch ein paar Leute nachlegen, glaube ich, könnten wir es wieder auf die 30 Cent schaffen und dort auch wieder Support aufbauen. Auch wenn da oben noch ein bisschen Druck ist. Hier unten baut sich auch schon immer mehr Support auf. Also die Langzeithodler sehen das anscheinend eher jetzt als Chance und bereiten sich da schon vor. Vielleicht wenn es noch ein bisschen tiefer ist, sehen wir vielleicht auch ein paar größere Käufe. Muss man jetzt genau beobachten. Vielleicht schaffen wir es auch wieder über die 30 Cent und bauen da langsam Support auf. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Jetzt fehlt halt noch ein Announcement, dass das Launchpad bald kommt oder neue Features oder VIP-Vorteile. Irgendwas, was die Leute wieder so ein bisschen Best kaufen lässt und dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Vor allem, wenn wir einen positiven Start ins neue Jahr erleben, es noch ruhiger am Kryptomarkt bleibt, keine größere Firma mehr einbricht, Vertrauen wieder zurückkommt. Bitpanda hat sowieso einen Vertrauensvorteil. Hier haben wir auch einen sehr guten Support gesehen. Vielleicht wiederholen wir das hier, pushen hier wieder so rauf, bleiben so ein bisschen auf der 30 Cent Linie. Ich glaube, die Leute, die schon verkaufen wollten, haben schon verkauft und sind schon draußen, warten schon auf der Seitenlinie, hoffen wahrscheinlich, dass es noch tiefer runter geht. Aber da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob noch so viele Leute da sind, die so viele Best verkaufen, dass da den Preis noch so weit runter drückt. Ich glaube sogar, dass jetzt ein paar Leute dazukommen, die das Potenzial erkennen. Wenn dann die Preise wieder steigen, Best wieder mehr wert ist, dann sind ja die Rewards auch wieder mehr wert. Und jetzt sind wir schon in einer ganz guten Zone, wenn man jetzt bedenkt, ein Preisverfall von 2,50 Euro bis runter auf 30 Cent. Ja, und ich weiß, manche Leute würden wünschen, dass es wieder auf 10 oder 5 Cent runterfällt und dann man noch einmal richtig dick zuschlagen kann. Aber ob das wirklich der Fall ist, ob wirklich noch so viel Verkaufsdruck reinkommt. Aber ich bin da eher skeptisch, dass da wirklich nochmal so viel Verkaufsdruck reinkommt. Ich glaube eigentlich, dass die, die wirklich verkaufen wollten, schon draußen sind. Die anderen Hodln legen eher vielleicht noch ein bisschen nach, um die VIP-Stufe zu erreichen, die sie erreichen wollen. Es sind ja noch nicht alle VIP 5 dazu, das muss man ja auch bedenken. Es gibt auch viele, die über VIP 5 sammeln, ja, also Richtung 500.000 Pests hinauf. Letztens haben wir ein Screenshot gesehen von jemandem, der 50.000 Pests an Rewards bisher generiert hat. Und wenn man darüber mal nachdenkt, also das Potenzial bei Best ist schon noch sehr gigantisch, solange Bitpanda stabil bleibt und so weitermacht wie bisher. Ja, sollten wir weiter tippen, wird sehr interessant, ob wir wieder so einen starken Support sehen, wird da, aber das sehen wir erst, wenn es der Fall ist. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass wir wieder über die 30 Cent kommen können. Schauen wir uns jetzt mal den Pantos an, weil da ist es ein wenig untergegangen. Da hat der Support ein wenig nachgelassen. Wir haben ein bisschen mehr Druck von oben im Moment. Die Leute sind sich, glaube ich, auch unsicher, wann das Ganze dann jetzt dann wirklich losgeht. Es gibt ja noch keine richtige Timeline für den Start. Deswegen können Sie hier vielleicht noch ein paar Verkäufe reinkommen von Leuten, die einfach ungeduldig sind, da, weil in irgendwas anderes investieren wollen. Auf den 6 Cent wird es halt interessant werden, ob der Support hält oder ob wir den durchbrechen. Da kommt es darauf an, ob Panthos was announced, ob ein paar News kommen, ob sich da vielleicht schon ein paar Partner rauskristallisieren. Dann könnte vielleicht wieder eine kleine Gegenbewegung kommen. Ansonsten glaube ich eher, dass wir langsam hier auf die 6 Cent runterdonnern. Und wenn wir bei den 6 Cent sind, dann wird es halt interessant zu sehen, ob wieder mehr Support im Orderbuch reinkommt oder ob der Druck zu stark ist, dass es uns wirklich hier nochmal hinunterdrückt. Ich würde es mir nicht für Panthos wünschen. Ich hoffe, der Support auf den 6 Cent wird halten und dass wir von da dann eine neue schöne Aufwärtsbewegung machen können. Aber wenn kein Announcement kommt und wir hier keine Supportbildung sehen, jetzt im Moment haben wir ja hier noch ein bisschen Support, aber der könnte auch schnell wegbrechen. Und dann geht es natürlich ein Stockwerk tiefer. Das würde ich mir jetzt zwar jetzt nicht wünschen, dass wir jetzt nochmal Richtung 5 Cent da abwandern, aber möglich ist es auf jeden Fall. Also ich rechne eigentlich damit, dass wir die Woche so auf den 6 Cent landen und dann wird es interessant sein, ob wir von dort aus eine Gegenbewegung sehen oder noch weiter runterrasseln. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Es wird auch noch ein Jahresrückblick kommen. Den habe ich schon mit dem Berner aufgenommen. Ich muss ihn noch schneiden. Ich hoffe, ich schaffe es bis morgen den noch rauszuhauen. Spätestens am Sonntag sollte er dann kommen. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch. Feiert schön Silvester und vor allem bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.